Es gab ein Unwetter. Es war ein Unfall. Wir hatten einen Unfall. Wir konnten nicht weg, weil so ein Sturm war. Die Straßen sind überschwemmt. Wir brauchen ein Zimmer. Im Leben eines jeden gibt es Momente seltsamen Zufalls, in denen Fremde etwas verbindet und Unfälle eine tiefere Bedeutung bekommen. Was ist in dem Hotel passiert? Plötzlich waren alle tot. Und die Leichen waren verschwunden. Da ist niemand drin! Das ist absolut unmöglich! Wir alle haben dasselbe gesehen! Das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht haben wir ja auch alle eine Gemeinsamkeit. Und welche? Ich habe nächste Woche Geburtstag. Ich auch? Ich auch. Ja. Identität. Identität.